und damit hallo erst mal ich bin wieder martin hoffmann von scientists for future oberösterreich und ich freue mich dass ich euch diesmal zur dritten vortragsreihe oder zum dritten vortrag unserer vortragsreihe lectures for future begrüßen kann heute haben wir zwei gäste einmal erwin reichel der uns kurz zum klimaerfolgsbegehren was erzählen möchte und ich freue mich ganz besonders dass wir heute universitätsprofessor reinhard lang begrüßen können er ist institutsleiter vom institute of polymeric material and testing und werde ihn nachher gleich noch ein bisschen vorstellen lebenslauf präsentieren und wo er sich aktuell beschäftigt oder womit er sich aktuell beschäftigen thema klimaschutz und nachhaltigkeit und bevor ich jetzt das wort übergebe möchte ich nur kurz werbung machen oder kurz bis umreißen was wir bei scientists for future noch so gerade planen weil wir sind aktuell dabei und versuchen einen förderverein zu gründen der dann wirklich finanziell das bisschen untermauern kann und ein bisschen die rechtlichen grundlagen zum scientists for future österreich abdecken kann daran sind wir gerade interessiert deswegen sucht man immer noch leute die uns damit bei unterstützen das heißt wenn ihr uns unterstützen wollt als wissenschaftler mit eurer expertise dann geht auf unsere website oder bei facebook schreibt uns eine nachricht schreibt uns eine e mail und wir werden euch kontaktieren und hoffentlich können wir dann damit eure expertise vielleicht nutzen um damit sein das für future und die nachhaltigkeitsprobleme die wir aktuell haben alle hoffentlich zu bewältigen und damit erst mal das wort an erwin reiche da sind unsere beiden gäste und erwin bitte ja vielen dank martin ja schönen guten abend auch von meiner seite ja ich darf kurz dass ein paar worte zum klimafolksbegehren ja ich näher bringen wenn ihr euch jetzt oder auch nach dem wunderbaren vortrag nachhinein fragt was ihr zu einer nachhaltigen gesellschaft beitragen könnt dann ist das klimafolksbegehren sicher ein guter startpunkt dafür das klimafolksbegehren wurde letztes jahr initiiert und hat auch schon in der unterstützungsphase 114.000 unterschriften erreicht somit muss es auf jeden fall im nationalrat behandelt werden und zusätzlich sind einige forderungen schon im aktuellen regierungsprogramm vorhanden ja da kann man sich fragen was macht es jetzt noch für einen sinn sich da weiter zu engagieren erstens wird wahrscheinlich im juni in der woche vom 22 bis 26 die tatsächliche eintragungswoche stattfinden und es ist klar je mehr menschen hier ihre unterschrift beitragen desto größer ist die wahrscheinlichkeit dass diese forderungen auch wirklich umgesetzt werden aktuell geht es darum gerade auch in der ja drohenden wirtschaftskrise und den versprochenen hilfsmittel von seiten der regierung sicherzustellen dass diese auch in richtung einer nachhaltigen wirtschaft verwendet werden und in diesem kontext wollen wir vom klimafolksbegehren noch einmal darauf daran erinnern dass es dass ein sichtbarer plan notwendig ist um nachhaltige ziele umzusetzen und nicht nur als leere versprechen stehen zu lassen ja wenn euch das ganze anspricht dann würde ich mich freuen wenn ihr beim klimafolksbegehren mitmacht euch freiwillig meldet und bei so aktionen wie an der straße informationen verteilen bei eisigen temperaturen und kalten winden oder ganz aktuell gibt es eine postkartenaktion wo ich speziell die bundesregierung daran erinnert werden soll dass sie sich eigentlich zur nachhaltigkeit verpflichtet haben die wohl vernünftigste auffassung aus der aktuellen situation ist für beide krisen nämlich der aktuelle krise die sich aufgrund von von der von dem virus ergeben hat und der drohenden klimakrise eine lösung zu finden und die heißt für uns beim klimafolksbegehren mitzumachen ja damit bin ich auch schon am ende meiner kurzen lehre einschaltung vielen dank und viel spaß beim vortrag vom professor lang vielen dank erwin ich hoffe man hört mich immer noch ja ich denke so das heißt ich schalte wieder zurück und es ist eine ganz besondere freude für mich heute universitätsprofessor reinhard lang vorzustellen der in leoben kunststofftechnik studiert hat und dann viele jahre bei bsf in ludwigshafen in deutschland war um verschiedene positionen in forschung und management vertreten hat dann wieder an die montan universität in loben zurückgegangen ist und seit 2009 ist er ordinarius und hat die leitung des institute of polymeric polymeric materials and testing inne an der jku in linz und neben ganz vielen nachhaltigen themen die er bearbeitet hat und fragestellungen vorstandsmitgliedschaften in verschiedenen vereinen und beratungen seit 1992 möchte ich vor allem hervorheben dass er seit 2013 mit mitglied des wissenschaftlichen rates der kunststoffmesse in düsseldorf ist das ist eine der größten fachmessen und bedeutendsten leistungsschauen der kunststofftechnik oder kunststoff industrie weltweit seit 2019 hat sich auch sehr viel getan da ist nämlich sprecher des fakultäts übergreifenden jku schwerpunktes sustainable development responsible technologies and management kurz jku sustain da hatte ich jetzt immer schon ein bisschen auf facebook postet und informationen dazu verbreitet was dahinter steht seit 2019 ist er auch steuerungskomitee im steuerungskomitee des projektes uninets da gab es auch schon verschiedene informationen auf facebook das ist also das netz der universitäten für nachhaltige entwicklungsziele das sind die sogenannten sustainable development goals die von der un entworfen worden und ich denke da wird professor lang auch noch was dazu sagen und seit 2020 ist er auch vorstand im climate change center austria dem ccca was ich auch der dem klimaschutz verschrieben hat und auch viel für scientists for future und mit scientists for future zusammen tut also und einen punkt habe ich fast vergessen er hat mit das forum future initiiert dass seit august 2019 auch die grünen berät im thema im sinne von nachhaltigkeit entwicklung in politik wirtschaft und gesellschaft und damit freue ich mich auf seinen vortrag die große gesellschaft für die transformation technologisch navigieren viel vergnügen ja zunächst martin vielen dank für die vorstellung die ja und der ganzen oberösterreich gruppe seien dies for future danke ich natürlich auch für die einladung insbesondere aber auch für die organisation dieser lecture series und ich hoffe dass wir noch sehr sehr viele namhafte redner hierher bekommen werden auch unter den jetzt widrigen umständen gleichzeitig bedanke ich mich für die vielen zuschaltungen wahrscheinlich einige gute bekannte von mir dabei manche vielleicht weniger gute bekannte ich weiß sehr zu schätzen dass trotz dieser kurzfristigen ankündigung dieser lecture for future für heute dass sie sich zugeschaltet haben und ich werde mich bemühen ihnen eine interessante darstellung der problematik zu geben der titel steigen wir gleich ein die große gesellschaftliche transformation technologisch navigieren lassen sie mich kurz erklären ich glaube nicht dass die technologischen faktoren die wichtigsten sind sie sind sehr wichtig aber es gibt noch wichtigere und die zähle ich im grunde in dem bereich was man als mindset als verständnis bezeichnet um diese gesamt thematik und ich werde einigermaßen versuchen das sowohl technologisch als auch vom denkzugang entsprechend abzudecken der subtitel klimanotstand umweltkrise und plastik abfall miteinander zu verknüpfen ist für sich schon eine kleine herausforderung natürlich und das dann in den zivilisatorisch gesellschaftspolitischen kontext zu stellen das habe ich mir für heute vorgenommen und der martin hat ja auch einige erfahrungen der letzten jahre die ich mitmachen durfte schon hingewiesen ich will das heute etwas unüblich anfangen normalerweise kommt die anerkennung und der dank im am ende eines vortrags ich starte heute damit und sie sehen hier mein dank geht vor allem an die covid 19 quarantäne gruppe in der ich in den letzten wochen gelebt habe und ich werde ihnen dann gleich zeigen wer da alles dabei ist da sehen sie fünf personen oben die physisch anwesend waren ein hund zwei die immer digital sich zugeschaltet haben und natürlich auch in der phase vor allem wieder meldungen kamen beispielsweise aus dem westen von österreich man sollte das regierungsprogramm überdenken jetzt anlässlich der covid 19 krise und da gibt es ja immer das stichwort der neuen normalität der neuen alten und wir haben formuliert die frage ist eigentlich kehren wir zurück zur neuen alten normalität oder zu einer anspruchsvollen neuen zukunftsfähigen nachhaltigen normalität und sie sehen den harten da das war der konsens in unserer gruppe vielleicht darf ich kurz auf die interessanten hintergründe der einzelnen akteure und diskutanten hier eingehen einerseits sehen sie hier in dem einen bild ganz vorne unseren sohn paul der ist synthetischer biologe arbeitet viel digital ist gleichzeitig ein effektiver altruist der sich puristisch auch sehr viel mit utilitarismus beschäftigt dann darf ich meine tochter annegret die sie hier sehen die studiert politik wissenschaften in wien sie ist in der lage nahezu jedes problem auf eine gender thematik auf kapitalismus auf paternalismus und imperialismus herunter zu brechen sie studiert ja auch bei uli brandt daher ist das nicht weiter verwunderlich aber ihr mindset aber eigentlich schon von der mittelschule weg in diese richtung orientiert sie hat eine freundin in unsere karantäne gruppe mitgebracht das ist die katte die katte tot die auch ganz spannende sachen macht die promoviert zurzeit an der poko in wien und sie beschäftigt sich mit themenstellungen wie bringt man diese aspekte die sich um die umwelt krise und nachhaltige entwicklung beschäftigen an jung politiker ran und hat kürzlich ein summit organisiert das ja auch im internet gerne noch nachhören können verdient ist interessiert mit dem übertitel der der im grunde aussagen soll statt pandemie sollten wir viel lieber nach neuen visionen und nach utopien suchen und was wir aus der corona krise alles lernen können ja und dann ist da hier unser sohn simon der einen abschluss hat ins engineering for sustainable development und environmental economics da jetzt sein doktorat betreibt der will im wesentlichen in dem bereich was muss sich an ökonomischen modellen ökonomischen zugängen ändern in der zukunft um die fragen der gerechtigkeit und fragen die ganze equity thematik und allenfalls auch ethische aspekte mit in ökonomische konzepte zu bringen weil er überzeugt ist nur dann wird die die transformation von der ich auf der titelseite gesprochen habe gelingen und zu diesen equity und gerechtigkeitskonzepten passt natürlich dass seine freundin juristin ist also auch mit recht und fairness und gerechtigkeitsfragen zu tun hat die beiden haben sich immer wieder mal digital zugeschaltet sitzen aktuell in der schweiz ja und dann last but not least meine frau die sie hier mit mir auf einer bank sitzen sehen sabine als sie ist lehrerin für religion und ethik und hat gleichzeitig kompetenzen auf dem gebiet des achtsamkeitstraining sie macht auch krisenberatung und dergleichen sie hat also dafür gesorgt dass wir sowohl auf der ethisch moralischen linie aber auch was krisen hafte diskussionen anbetrifft dass das immer konsensfähig am ende dann ausgegangen ist und dann haben wir noch unseren hund ben der ich bezeichne ihn den ober inspirator der auf vielen spaziergängen mit mir da entstehen die eigentlichen gedanken zu den vorträgen und er ist zudem einer ein coautor eines buches meiner frau tierschutz macht sinn macht kann man als klein geschrieben lesen oder macht groß geschrieben als power also da können sie herauslesen was sich in dem buch einer frau und des coautors ben verbirgt jetzt werden sie an den bildern gesehen haben da sind immer wieder weingläser diese bilder sind entstanden vor zwei tagen zu meinem geburtstag und da habe ich von meinen kindern ein geburtstagsgeschenk gekriegt das ist ein whiteboard und spontan wollten sie ich soll eine botschaft aufs whiteboard schreiben ich habe dann von der covid 19 gegenwart in eine neue nachhaltige normalität übersetzt und den herrn reichl wird das jetzt freuen im grunde steht da drauf wenn sie es nicht so gut lesen können auch die klima und umweltkrise bewältigen gerade jetzt koste es was es wolle und das ist im grunde auch meine hauptbotschaft für den vortrag das heißt der rest ist jetzt detail wenn sie mal zwischendurch eine pause machen wollen ein getränk holen werden sie nichts verpassen ich komme dann noch einmal auf diese zentrale aussage warum gerade jetzt der zeitpunkt ist auch die klimakrise so zu behandeln wie wird kovid krise behandelt haben daher dieser zusatz kostet es was es wolle so jetzt zu meiner storyline in weiterer folge möchte ich gerne vier themen behandeln zwei sind rückwärts gerichtet also nehmen eine historische perspektive bis in die gegenwart das ist das thema 1 und thema 2 und thema 3 und thema 4 sind von der gegenwart in die zukunft gerichtet thema 1 zunächst da wo wollen wir uns kurz den zustand der welt auch wie er historisch entstanden ist mit der vielschichtigkeit und der vernetztheit der aktuellen multiplen krisensituationen und die frage der überlebensfähigkeit der menschlichen zivilisation aufgreifen wie wir sie kennen die zweite thematik wird sich dann mit den historisch gesellschaftlichen entwicklungen unter bedeutung das was im zentrum des derzeitigen wirtschaftssystems steht das fossile energiesystem kohleöl gas das als motor und schmiermittel für die prosperität und das wirtschaftswachstum ja gilt und als werbstoff der neue wunderwerkstoff plastik der in den letzten jahren zunehmend zum problemwerkstoff geworden ist thema 3 dann gehen wir auf die nachhaltige entwicklung konzepte der nachhaltigen entwicklung dieses neue paradigma ein und thema 4 dann diese wie übersetzen wir das in das politische umfeld am beispiel österreich ja das wären die vier themenblocks vielleicht am ende noch zwei drei folien als zusammenfassung und ausblick aber lassen sie uns mit thema 1 beginnen der zustand der welt historische entwicklung und die vielschichtigkeit und vernetztheit multipler krisensituationen da ich würde ganz gerne mit zwei thesen beginnen zum einstieg die these nummer eins ist die aktuelle entwicklung der menschlichen zivilisation ist gekennzeichnet durch mehrfach krisen die in ihren ursachen häufig eng miteinander verknüpft sind und die nahezu alle drohen sich weiter zu verstärken das werden sie vermutlich kennen die zweite ist was und wie wir über die welt und unsere existenz denken ist für die überlebensfähigkeit der menschlichen zivilisation von zentraler bedeutung was und wie wir über die welt denken darf gehe ich neuerdings dazu über und sie werden das in folien wieder und wieder und wieder sehen nicht die ältere generation sondern die junge generation zu befragen und ich habe seit 2015 zum thema nachhaltige entwicklung und kunststoff etwa 14 vorlesungsserien in österreich aber auch im ausland abgehalten in summe waren das 200 teilnehmer also die gruppen sind so irgendwo zwischen 10 bis 20 leute je lecture series dauern immer eine woche also das was ich ihnen jetzt in einer stunde versuche zu vermitteln da habe ich dann bei diesen vorlesungsserien viel länger zeit und wir starten üblicherweise mit einer umfrage mit den studierenden wo ich ihnen vier fragen stelle ich einfach beantwortet haben möchte nach der klassifizierung die sie hier sehen entweder man beantworten ist morgen mehr optimistisch auf die frage eingestellt oder mehr pessimistisch lehrveranstaltung ist in englisch daher auch viele meiner folien in englisch frage eins ist wer ist optimistisch pessimistisch über die persönliche zukunft frage zwei ist wer ist optimistisch pessimistisch über die zukunft europas frage drei ist wer ist optimistisch pessimistisch über die zukunft der eigenen generation also das ist im wesentlichen für studierende ihr arbeitszeitraum der nächsten 50 jahre sage ich mal bei den alterserwartungen und die vierte frage ist dann die ultimative wer ist optimistisch pessimistisch über die zukunft der menschlichen zivilisation bis hin zur möglichkeit dass die menschliche zivilisation ein schicksal erleidet wie viele andere spezies davor dazu mehr später dass es zur auslösung kommt und hier ganz kurz der überblick zum ergebnis über 200 teilnehmer teilnehmerinnen etwa in weniger interessant ist das was die persönliche zukunft am betrifft der großteil also 90 prozent sehr positiv sind hat damit zu tun dass sie beste ausbildung genießen also die die in diesen master kursen eigentlich dabei sind rechnen alle dass sie ganz ausgezeichnete berufsmöglichkeiten haben wollen dadurch werden dadurch dass es master kurse sind ist auch sichergestellt dass sie einigermaßen überzeugt sind von dem was sie machen also 90 prozent für die persönliche zukunft optimistisch bei allen drei anderen fragen ist das verhältnis leicht negativ bis stärker negativ also insbesondere der letzte punkt was die menschliche zivilisation an betrifft sind nahezu 70 prozent pessimistisch wieso ist das die kennen natürlich alle diese zahlen wir stoßen jährlich 40 gigatonnen co2 in die atmosphäre aus das ist was nicht nur klimawandel verursacht sondern wetterveränderungen trockenheiten also alle folgewirkungen die sie ohne dies aus den medien kennen gleichzeitig roden wir pro jahr drei und drei über 30.000 quadratkilometer wälder vornehmlich regenwälder ab und drittens was neuerdings dazugekommen ist was wir gelernt haben werden die gewässer auch landstriche teilweise mit plastik müll überzogen und es entstehen große plastik inseln in den ozeanen wie das hier auf der rechten seite kurz dargestellt für den zweck des heutigen vortrags will ich hier nicht auf sonstige quantitäten eingehen mit ausnahme dass ich am ende auf dieses bild zurückkommen werde mit der überlegung alle diese problem bereiche sind eng vernetzt und die besten lösungen sind die die alle probleme gleichzeitig lösen okay so weit zur problem beschreibung lage der welt ein anderes blick ein anderer blick auf die lage der welt ist heuer im januar vom world economic forum vorgenommen worden und sie sehen hier eine aussage des vorsitzenden des gründers des world economic forum in davos das jährliche in davos tagt klaus schwab der das sagt wir stehen am beginn einer generationenkrise wir sind in einem wandel der uns zwingt grundsätzlich über unsere existenz nachzudenken und es gibt auch jährlich diesen sogenannten welt risiko bericht des world economic forums und sie sehen hier eine auflistung der wahrscheinlichkeit risiken und das schwere der auswirkungen risiken wie gesagt es geht auf jänner zurück die studie ist ein bisschen älter ist aus dem letzten jahr was die umfragen betrifft aber worauf ich hinweisen möchte alle grünen bereiche sind risiken die mit umwelt thematiken zu tun haben wetter extreme klimaschutz naturkatastrophen also die ersten fünf bei der wahrscheinlichkeit sind entsprechend umweltbezogen auch was die schwere am betrifft da ist klimaschutz versagen an stelle eins und interessant wenn sie vielleicht hinschauen möchten hier nummer 10 also auf der liste der top 10 sind infektionskrankheiten hier am zehnten platz also weit hinter einigen anderen aspekten was die schwere der auswirkungen an betrifft also wenn kovid für uns wichtig ist dann sollten wir uns über die anderen risiken hier world economic forum nicht greenpeace oder worldwide fund for nature sondern eine probierung die sich die für sich in anspruch nimmt die wirtschaftsinteressen entsprechend im auge zu behalten und zu bewerten das ist deren einschätzung ja und dann gibt es noch die richtigen experten das sind jetzt wissenschaftler das sind experten aus dem politikbereich aber auch aus wirtschaft die sich mit themen stellungen dieser art was kann die menschliche zivilisation wirklich bedrohen auseinandersetzen das ganze ist ins leben gerufen worden durch atomphysiker unmittelbar nach dem zweiten weltkrieg also nach dem hiroshima sag die erfahrung des antropomben abwurfs bekannt war hat sich dieses bulletin auf die atomic scientists gegründet und die haben sich vorgenommen mit medien experten wie können wir plakativ darstellen in welcher bedrohungssituation sich die welt unter integration aller aspekte befindet und das möglichst damit jeder versteht mit einer einfachen zahl und da sind sie auf die sogenannte dummste clock die ursprünglich die atomkriegsuhr war und neuerdings weltuntergangsuhr bezeichnet wird auf deutsch weil es darum geht alle gefahren potenziale die ich teilweise im vorigen in der vorigen folie dargestellt habe entsprechend zu integrieren also da gehen natürlich nuklear gefahren hinein da gehen natürlich biologische gefahren hinein da gehen pandemien epidemien hinein da geht vor allem auch die ganze umwelt thematik insbesondere auch klima hinein und last but not least natürlich auch biodiversitäts aspekte also da wird viel hinein integriert in eine zahl und das wichtige ergebnis ist üblicherweise ist die dummste clock so skaliert wie viele minuten haben wir noch bis mitternacht und sie sehen sie ja üblicherweise geht man das so von einer viertelstunde aus die besten zeiten die man in der vergangenheit hatte waren bei sehr moderat eingeschätzten risiken waren in der größenordnung von knapp unter 40 minuten die vergangenen beiden jahre waren zwei minuten das war der niedrigste wert der hat dementsprechend in der ganz heißen phase des kalten kriegs und heuer zum ersten mal ist die einschätzung auf unter zwei minuten 100 sekunden bis mitternacht also so weit hergeholt ist die frage der überlebensfähigkeit der menschlichen zivilisation nicht das sind alles vergleichsweise wirklich fundierte und renommierte einschätzungen ich will das vielleicht noch etwas weiter beleuchten und zwar in meinen üblichen vorlesungen starte ich tatsächlich beim big bang also 13,7 milliarden jahre etwa vor unserer zeitrechnung heute will ich starten mit der formierung unseres heimatplaneten erde und mich durcharbeiten auf das was wir heute antropozän nennen das charakterisiert ist und das bitte gleich jetzt vorweg sich zu merken die große beschleunigung die great acceleration das ist ein zeitlicher rundown im kreis also die entstehung der erde ungefähr 4,5 milliarden jahre vor unserer zeitrechnung und es hat eigentlich gar nicht so lange gedauert aufgrund der günstigen klimatischen situation auf unserem heimatplaneten bis das erste leben entstanden ist das ist etwa 3,8 milliarden jahre her und das erste leben von einzelner prokaryoten die in doppelhelix strukturen molekular aufgebaut sind heute werde ich das nicht weiter vertiefen aber für die polymerforschung und kunststoffforschung sind natürlich die elemente die unmittelbar nach dem urknall sich gebildet haben und diese molekül strukturen die sie hier sehen von zentraler bedeutung das wesentliche war diese ersten einzeller und prokaryonten und die atmosphäre in einer art verwendet verändert dass es zur sauerstoffanreicherung gekommen ist also die haben den kohlenstoff rausgeholt haben sauerstoff entsprechend in die atmosphäre entlassen das ist als the great oxygenation event bekannt geworden diese sauerstoff konzentration war für die ersten lebewesen dann in der regel durchaus problematisch also auch giftig das heißt sie mussten sich von der erden oberfläche dann unterhalb der erde entsprechend weiterentwickeln aber es hat die voraussetzungen geschaffen für neue formen des lebens also die vielzelligen strukturen was wesentlich ist vielleicht hier ganz hinten in den letzten 200.000 bis 300.000 jahren ist homo sapiens auf dem planeten dann entstanden also unsere urahnen und als wichtiges zusatz faktum in dem zeitraum den wir hier überschauen gab es fünf perioden so genannter großer massen sterben 99 prozent aller bisher existierenden spezies sind wieder verschwunden und alle großen extinktionsperioden die haben nicht möglicherweise direkt also bei dem asteroiden impact ist es indirekt haben massiv mit klimatischen veränderungen der atmosphäre zu tun und das ist ja auch übrigens die atmosphären balance ist ja auch der schlüssel warum wir auf der erde leben finden und bei vielen anderen planeten zumindest bisher noch nicht fündig geworden sind also das arten aussterben dass das mit klimatischen veränderungen zu tun hat das ist in der evolution ein gegebenes faktum und jetzt schauen wir dann auf unsere spezies homo sapiens wie gesagt die ersten vorläufer der homo sapiens entwicklung die geht vielleicht schon auf 23 milliarden jahre zurück die ersten hominiden aber ab 200.000 jahre ist dann homo sapiens auf dem planeten aufgetaucht und vor etwa 10.000 jahren sesshaft geworden also das ist ein relativ langer zeitraum und jetzt von den 10.000 bis heute ging es dann schlag auf schlag damals waren es zwei millionen zu beginn der industriellen revolution noch immer unter einer milliarde menschen zu meinem geburtsdatum 1954 knapp unter drei jetzt knapp unter acht und vermutlich werden wir in die größenordnung zehn milliarden menschen anwachsen plus minus 1,5 etwa bis 2100 das ist so ähnlich exponentielle kurve wie sie übrigens momentan in den epidemie ausbreitungsrechnungen oft sehen wo wir uns bemüht haben diese kurve entsprechend zu limitieren und dann wieder abzuschwächen teil dieser entwicklung insbesondere der industriellen revolution waren ideen deswegen sage ich ja immer es sind konzepte mindsets intelligenz ist noch wichtiger als technologien und die wesentlichen die ideen die nach meiner einschätzung am anfang dieser entwicklung standen war zunächst rené de kahr der als urvater der modernen wissenschaften gilt der nicht nur die aussage kognito ergo sum gemacht hat aber auch den karte anischen kathesianischen split also geist materie trennung entsprechend propagiert hat aber letztlich auch stringente methodische ansätze geliefert hat mit denen wir bis zum heutigen tag eigentlich wissenschaft betreiben die zweite person ist adam smith ein schottischer philosoph und ökonom der als national ökonom aber auch als moral philosoph überlegungen angestellt hat wie kann man gesellschaften positive entwicklung in positive entwickeln indem man wohlstand vermehren kann und hat dann überlegungen für die basis der modernen national ökonomie die sich dann in den jahrhunderten danach kontinuierlich mit unterschiedlichen ausprägungen weiterentwickelt hat er hat das freie markt konzept bereits damals und die metapher der unsichtbaren hand entsprechend postuliert die das alles regelt oder wesentliche aussage nicht die einzige oft missverstanden dass ökonomie auch ganz gut funktioniert wenn man den akteuren erlaubt sich zu bereichern das gekoppelt mit dem was dann charles darwin vertreten hat survival of the fittest aber dann macht kurz die erklärung im wesentlichen die selbst wenn sich manche sehr bereichern tröpfelt noch immer ausreichend genug herab dass auch die ärmeren besser gestellt sind als sie sonst wären also das ist der berühmte trickle down effekt der mit dem freien markt konzept immer wieder einhergeht diese entwicklungen haben natürlich dann zu fantastischer prosperität geführt jemand der das immer wieder verstanden hat bestens aufzubereiten ist arzt und statistiker hans rosling der 200 länder untersucht hat über die letzten 200 jahre und das ergebnis dann in vier minuten videos gepackt hat für bbc die wichtigste darstellung sehen sie hier unten wie hat sich die lebensspanne und wie haben sich einkommensverhältnisse verändert weltweit in unterschiedlichen ländern von 1810 bis 2010 also im verlauf von 200 jahren wie gesagt und da sehen sie hier hier ist die lebensspanne aufgetragen hier ist das einkommen am anfang 1810 haben wir im wesentlichen viele arme gehabt die alle früh gestorben sind 2010 haben wir eine wesentlich breitere verteilung hier aber grosso motto geht es den leuten in großer mehrheit viel besser das ist die eine seite der medaille die zweite seite der medaille das ist ein bild das mir mein sohn paul mal zu verwenden gestellt hat das hängt natürlich immer von der perspektive ab also die rosling perspektive ist wenn sie so wollen die optimistische perspektive ich zeige ihnen jetzt die pessimistische perspektive in einem schnellen rundown wenn wir die welt situation so wie die united nations das ja regelmäßig machen in richtung armut ernährung wasser verfügbarkeit sanitäts verfügbarkeit und energie zugang insbesondere auch elektrischen strom analysieren dann haben wir derzeit weltweit plus minus bisschen in allen diesen kategorien eine milliarde menschen etwa die massiv unterversorgt sind das taucht natürlich in diesen anderen grafiken nicht aus also dieser schwanz der verteilung derer die sagen wir wirklich in dieser entwicklung hinten geblieben sind beziehungsweise nicht mitgenommen wurden ausreichend das sind durchaus enorm große menschen zahlen und dann gibt es noch den zweiten faktor das was wir in der menschlichen bevölkerungszahl schon gesehen haben das exponentielle wachstum der weltbevölkerung haben wir in einer reihe von anderen indikatoren und diese daten sind zusammengetragen worden um den weltzustand von 1750 bis heute zu beschreiben auf einer seite und diese eine seite ist in dem chart hier dargestellt da sehen sie hier zwölf sogenannte sozioökonomische indikatoren also die beschreiben das wirtschaftsgeschehen und die auf der rechten seite sogenannte systems trends und indikatoren die beschreiben im grunde den ökologischen zustand der erde und sie sehen hier wie stark die parallelitäten sind aus zeitgründen möchte ich heute nicht auf details hier eingehen da ist durchaus lohmenswert wenn mehr zeit ist weil die eine oder andere grafik hervorzunehmen um zu analysieren was kann man daraus lernen beispielsweise spannend ist die stratosphärische ozonzerstörung da haben wir es geschafft über die montreal vereinbarungen entsprechend einhalt zu gebieten also da könnte man beispielsweise ableiten was können wir mit diesen ganzen co2 anreicherungen stickoxiden methan und dergleichen gibt es da elemente die man vielleicht übertragen kann aber im wesentlichen zeigen diese aktivitäten wenn wirtschaft in der form wie wir sie jetzt betreiben stattfindet geht es zwar vielen viel besser das ist alles wirtschaftswachstums indikatoren beim planet wird die situation schwieriger und schwieriger und das hat man bezeichnet von den geologen als das sogenannte antropozän und die streiten nur noch ob sie das auf mitte des letzten jahrhunderts oder vielleicht doch an den anfang der industriellen revolution setzen sollen wahrscheinlich ist mitte letztes jahrhunderts weil da finden alle diese knicks statt bei 1950 und da hat sich der zustand der erde derartig massiv verschlechtert die bilder die mir vor hatten sprechen auch dafür dass man ernsthaft die frage stellen muss naja womit hat das zu tun da kommt man dann schnell drauf viele dieser faktoren hängen primär von unserem energiesystem ab energiebedarf und energiebereitstellung und zweiter wichtiger faktor alle diese faktoren sind ganz eng miteinander vernetzt und oft gibt es auch noch eine verknüpfung von energie und wasser also wenn man diese probleme lösen möchte ist die schlussfolgerung relativ eindeutig wir müssen das energie und wasser problem entsprechend sauber analysieren und brauchen wir neue wege was die große beschleunigung wirklich zeigt und heißt das ist in der grafik dargestellt anhand der co2 konzentrationen in der erdatmosphäre über die letzten 650 tausend jahre jetzt bitte zur erinnerung 200 tausend jahre gibt es den homo sapiens also das ist der zeitraum in der unsere spezies quasi diesen planeten bevölkert hat die weiß strichlierte linie das ist das was am beginn der industriellen revolution war und das war die berühmten 280 ppm und jetzt sind wir bei 415 also das ist great acceleration par excellence das sind wohl die besten daten die wir für alle diese indikatoren aus den früheren grafiken wissenschaftlich zur verfügung haben wie weit kann das wachsen haben sich dann andere system ökologen überlegt wie weit kann das gehen naja die haben diesen ökologischen kompass den wir hier sehen der entsprechend konzipiert und vorgeschlagen der dann unterschiedliche kategorien der einschätzung hat die von der biosphären integrität also das ist wenn man so will die genetische diversität und die biodiversität umfasst sie sehen hier haben wir climate change hier haben wir die biochemischen flows also das ist alles was die landwirtschaft macht und was auffällt das sind jetzt nicht die allerneuesten daten aber bis 2015 war die situation etwa die die größten probleme die wir haben sind noch nicht damals noch einschätzung das ist klima ist gerade von grün auf gelb eingeschätzt worden da wo wir viel größere probleme haben biodiversitätsverlust und biochemische flows wenn man historisch die umwelt aktivitäten zurück entwickelt zurück sich anschaut dann wird man ohnehin feststellen eines der ersten bücher dass die umwelt thematik aufgegriffen hat in den vereinigten staaten war silent spring dass damals die agrochemie ganz scharf entsprechend kritisiert hat für diesen massiven ausstoß an chemikalien im interesse so war die argumentation der weltbevölkerungs ernährung ja das ist vielleicht eines der wichtigsten ergebnisse wir haben nicht nur klima als problem wir haben biodiversität als problem und wir haben natürlich zumindest das was in der landwirtschaft passiert und dann haben wir einige bereiche von denen wir noch gar nicht so richtig sicher sind wie kritisch und wie problematisch sie sind also das ist was uns die ökologischen systemwissenschaften in etwa liefern an erkenntnissen wenn wir jetzt die frage aufgreifen und wer ist jetzt schuld dann gibt es natürlich immer die argumentation ja das weltbevölkerungswachstum ist ein großer verursacher das ist teilweise richtig aber man kann natürlich die weltpopulation auch unterteilen in sogenannte reiche länder schwellenländer und arme länder wenn man das historisch zurückverfolgt im sinne wer hat welchen anteil am bruttosozialprodukt entschuldigung die reichen sind die grünen hier unten 18 prozent der weltbevölkerung verursachen wenn sie so wollen aktuell 70 prozent der probleme und wenn das historisch zurückrechnen würde ich sagen 20 prozent der reichen weltbevölkerung am 80 prozent zu verantworten dessen was ich in den vorigen bildern versucht habe zu skizzieren das bringt uns zum thema kohle öl gas und plastik auch wieder als kurzer rückblick wenn energie so bedeutsam ist und wir über die nächste energie transformation sprechen im kontext der nachhaltigen entwicklung dann sollte uns zunächst mal bewusst sein und ich greife hier auf daten zurück einer renommierten einrichtung die in österreich beheimatet ist das international institute of applied systems analysis in laxenburg ich komme auf das später noch mal zurück die haben sehr früh daten zur verfügung gestellt bereits in den 90er 80er 90er jahren über energie transformationen die sehr schön zeigen wo holz wichtigster primärenergie träger war in der geschichte dann abgelöst von kohle dann von öl dann gas dann gab es in den 70er jahren das kurze aufflackern von nuklear liegt im gesamten energie bedarf derzeit bei weit unter drei prozent also irgendwo 2,2 in etwa also da haben sich die wünsche nicht erfüllt dieser branche und die große frage die war wie kommen wir von den fossilen energiesystemen in ein neues energiesystem und das was wir über klimawandel reden ist ja nicht wirklich eine neue sache über klimawandel haben wir schon sehr lange geredet neuerdings halt klimakrise und klimanotstand weil über relativ viele jahrzehnte nachdem man schon gewusst hat in welche richtung sich das entwickelt zu wenig gemacht wurde ich habe in meiner ersten antrittsvorlesung in den 90er jahren daher diese energieszenarien hergenommen die sind für kunststoffe deswegen wichtig weil kunststoffe ja aus fossilen rohstoffen hergestellt wurden und ab die grafiken dann so gezeichnet also das energiesystem aus vielen anderen gründen sollte bis 2050 minimum 50 prozent erneuerbar sein noch schöner wäre irgendwo bei 80 90 oder vielleicht 100 also das ist der ziel korridor bin dann 2010 2009 nach linz gewechselt habe 2010 meine zweite antrittsvorlesung gemacht habe berücksichtigt was sich inzwischen getan hat relativ wenig muslima betrifft ergo ist der korridor wesentlich enger geworden also da war ziel bis 20 50 minimum 80 korridor bis 100 prozent erneuerbar zu sein für die kunststoffwirtschaft hat es ganz massive konsequenzen weil wenn man derartige szenarien rechnungen durchführt dann stellt sich heraus dass im jetzt zustand etwa fünf prozent der fossilen des rohöl in kunststoffe gehen wenn das energiesystem kippt also sprich dass wir diese entwicklung aus welchen gründen auch immer peak oil oder anderen einflüssen haben wir die unterschiedlichen szenarien die in der literatur gegeben waren hergenommen mit kunststoff wachstumsraten verglichen war relativ klar von fünf prozent werden wir in kurzer zeit in richtung 20 bis 50 prozent gehen kunststoffe als abfallprodukt der ölindustrie könnten zum hauptprodukt werden das würde den ganzen industriellen sektor auf neue beine stellen war eigentlich die these und die höchste zeit sich zu überlegen was das heißt bevor ich dann auf das thema kunststoffe noch näher eingehen lassen sie mich auch kunststoffe in ihrer zivilisatorischen entwicklung vielleicht positionieren beginnend wieder das ist eine grafik von professor es spielt der university of cambridge der hat die großen material klassen also in der neuen zeit heißt das keramische werkstoffe kunststoffe und metalle und das sind verbindungen dieser unterschiedlichen werkstoffklassen als composites hauptsächlich allerdings kunststoffe dargestellt dieser kunststoff basierende composites hat aufgezeigt dass aus der steinzeit kommend natürlich steine und mineralien wichtige rohstoffe waren die zweitwichtigste rohstoff klasse war damals schon waren polymere also in ihrer natur ähnlich wie die heutigen kunststoffe nur natürlichen ursprungs also pflanzlich tierischer ursprung aber molekular sehr viele und im aufbau sehr viele äquivalenzen zu modernen kunststoffen dann kamen die metallischen werkstoffe die haben dann bis mitte des letzten jahrhunderts ihre blüte erlebt dann kamen die kunststoffe und sind zunehmend wichtiger geworden mittlerweile durchdringen kunststoffe eine fülle von lebensbereichen das ist an und für sie in der nächsten folie dargestellt wenn sie entsprechend weiter hüpfen würde das momentan jetzt bei meinem pc nicht der fall ist hoffe dass das gleich funktionieren wird aber bis das kommt versuche ich das vielleicht nur rein verbal rüberzubringen heute werden etwa 40 prozent der kunststoffe in verpackungs- und logistikmaterialien eingesetzt das sind also die kurzlebigen produkte und 60 prozent gehen in infrastrukturbereich die fahrzeugtechnik information telekommunikation feinwerktechnik und ganz wichtig auch gerade in der jetzigen phase die medizintechnik ja das sind wie gesagt diese unterschiedlichen einsatzbereiche und sie alle wissen natürlich dass auch polymer werkstoffe in form von handschuhen gesichtsmasken visieren ganzen schutzanzügen und in allen möglichen medizinischen geräten natürlich auch aktuell eine zentrale bedeutung haben diese entwicklung der polymer werbstoffe die gibt es die neuen synthetischen die fossil rohstoff basierenden kunststoffe gibt es zwar bereits seit über 100 jahren in ihrer in ihren ersten synthesen die industrielle entwicklung allerdings ist etwa mitte des letzten jahrhunderts dann passiert wo wir hier sehen das ist diese orange grafik da ging es richtig los und in den 80er jahren wurde dann das volumen wenn man es in kubikmeter oder liter also in sichtbarkeit das was visuell wahrnehmbar ist miss messen würde ende der 80er jahre und kunststoffe die stahlproduktion weltweit überschritten und da gibt es eine fülle von faktoren warum das so der fall ist ich habe sie links versucht kurz zu skizzieren im grunde weiß immer mehr leistungsfähigkeit für eine bestimmte anwendung und funktionalität mit weniger material entsprechend zu gewährleisten also das weiß ich hier mit tumor du peter wie es lässt und gleichzeitig auch kostengünstiger soweit vielleicht zur dieser entwicklung gleichzeitig wenn man jetzt kunststoffe mit anderen materialien vergleicht wird ja oft die forderung erhoben lass uns doch kunststoff ersetzen durch ein anderes material da gibt es sehr sehr gute studien insbesondere eine die ich hier gezeigt habe von dem know how der know how werkstatt denkstatt die hat im grunde den europäischen markt untersucht hat etwa 80 anwendungen aus unterschiedlichen sektoren hergenommen also deckt wirklich den gesamten kunststoff markt repräsentativ gut ab und hat modellrechnungen angestellt was würde passieren wenn wir in ein diesen anwendungen kunststoffe durch das nächstbeste material ersetzen würde also klassisch kann man sagen die kunststoff flasche die bettflasche durch glas aber auch alle anderen anwendungen plastiksackerl durch papier sackerl und so weiter das gewicht der materialien durch die substitution würde sich vervierfachen energie würde 50 prozent streiken und im gleichen ausmaß die co2 emissionen das klingt zunächst mal gut also würde für kunststoffe sprechen wäre da nicht die her seite der medaille diese kunststoff abfälle die wir hier haben tendenziell und da komme ich jetzt fast zurück auf die folie die am anfang die mengen vergleiche dargestellt hat meine eigene schlussfolgerung die ich in einer in einem dialog mit der ehemaligen umweltministerin köstinger noch vor etwa einem jahr hier bei uns in linz geäußert habe zum thema plastik abfall diskussion weil meine aussage von mehreren thesen zunächst mal die kunststoff abfälle sind sichtbarer ausdruck eines mittlerweile des funktionalen wirtschaftssystems dass sich an überkommenen denkart setzen modellvorstellungen aus einer zeit vor beziehungsweise zu beginn der industriellen revolution orientiert und was wir dringend benötigen ist eine paradigmatische neu orientierung und modernisierung auch des wirtschaftssystems sichtbarer ausdruck deswegen weil alles was ich ihnen an landwirtschaftlichen problemen gezeigt habe wo wir im grunde mit flüssigkeiten und pulver arbeiten das was wir an co2 emissionen haben was gasförmig ist das sehen wir nicht plastik obwohl im volumen viel viel weniger ist sichtbar man könnte jetzt so sogar sich zur behauptung hinwagen gott sei dank sehen wir jetzt an plastik was da alles schief läuft und im grunde heißt dass wir müssen von diesen alten denkvorstellungen auf eine neue ökonomie kommen die sich orientiert an fragestellungen eine welt die wir für alle uns wünschen und eine welt wo niemand zurückgelassen wird und damit ist man mitten bei den global goals der united nations also beim thema drei da will ich jetzt versuchen bisschen zu beschleunigen 2015 war dann aus verschiedenen perspektiven ein doch sehr wichtiges jahr für einen für eine wende dieser ganzen zivilisatorischen entwicklung vielleicht das werden wir dann in jahrzehnten vielleicht auch erst in jahrhunderten wissen eingeleitet wurde das jahr mit einem mit einer enzyklika des damaligen neunpapstes papst franziskus der laudato si care for our common home geschrieben hat wenn sie das lesen dann kann ich ich äußere mich da manchmal so das ist die spirituelle form dessen muss die united nations gemacht haben mit dem sustainable development goal konzept also mit der nachhaltigkeitsagenda 2030 sie sehen die stichworte hier nochmal das ist im september passiert ende des jahres gab es dann diese große pariser klimakonferenz die dann in den pariser klimazielen gemündet hat und das hat voraussetzungen geschaffen die dann ab 2018 neue impulse gekriegt haben durch neue zivilgesellschaftliche bewegungen die dann richtig diesen transformativen wandel diese transformativen änderungen die eigentlich in diesen dokumenten da überall drinnen stecken ob klimawandel oder nachhaltigkeitsagenda das hat einen push gebraucht und sie werden sie jetzt vermuten das ist dann freudess for future extinction rebellion und andere zivilgesellschaftliche aktivitäten gewesen was das thema nachhaltige entwicklung betrifft sieht man hier dass das konzept der nachhaltigen entwicklung im gegensatz zum davor oft genutzten term nachhaltigkeit was eigentlich ein aus der forstwirtschaft kommender statischer terminus ist ein hochdynamischer terminus ist der es erstmals in dem bericht our common future als auch bruntland bericht bezeichnet in der form formuliert worden wie sie ihn hier oben sehen nachhaltige entwicklung ist eine entwicklungsform die den bedürfnissen der gegenwärtigen generationen entspricht ohne die chancen und möglichkeiten zukünftiger generationen ihre bedürfnisse zu befriedigen zu gefährden also das ist wenn man so möchte die wichtige aussage das heißt ja es geht um globale prosperität aber es geht auch natürlich bei zukünftigen generationen um eine wachsende weltbevölkerung durchaus auch möglicherweise zehn milliarden menschen auf die wir zu wachsen aber vor allem geht es um zwei aspekte die hier unten noch aufgelistet sind intra und intergenerationelle gerechtigkeitsfragen equity fragen intra heißt zwischen den reichen und den armen in der menschlichen zivilisation die jetzt den planeten bewohnen inter heißt gegenwärtige 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 generationen gegenüber künftigen generationen die den planeten beherbergen werden also ein wunderbar umfassend schönes meta konzept mit einer ganz tollen definition das ist zunächst dann übersetzt worden in die sogenannten millennium development goals die primär armutsvermeidung und hunger vermeidung zum ziel hatten mit gewissen elementen von gesundheit und das ist dann die sind ja 2000 bis 2015 also in 15 jahrenszeiträumen definiert worden von 2015 bis 2030 beschreibt die un agenda die beschreiben die un agenda diese sogenannten nachhaltigkeitsziele oder sustainable development goals insgesamt gibt 17 ziele die einzelne kategorien umfassen die ich aus zeitgründen heute nicht durchgehen werde aber es gibt dann 169 sogenannte targets es gibt indikatoren das heißt wir haben ein rahmenwerk an dem wir auch verfolgen und messen können wie entwickeln wir uns auf die zielsetzungen hin bis 2030 und natürlich gibt es auch ein ziel 13 das ist ja das klimaziel und natürlich gibt es auch konsum und circular economy hier oder erneuerbare energien umfassen. aber auch bei den nachhaltigkeitszielen ist es so energie eigentlich durchströmt fast alle ziele die hier genannt sind wie übersetzt man das jetzt auf technologien und auf werkstoffe und meine einfache formel man kann es auch ein bisschen komplizierter sagen und die ist auch nicht ganz vollständig diese einfache aber für diesen vortrag heute will ich so formulieren wir brauchen innovation in eine richtung wo wir materialien technologien nutzen die wesentlich effizienter sind wesentlich besser system integriert um diese effizienzpotenziale zu schöpfen insgesamt sollten wir viel weniger energie und viel weniger materialien verbrauchen also die stoffströme und die energieströme dramatisch reduzieren und möglichst hohe anteile kreislauffähiger ressourcen das ist mal die eine seite die zweite seite ist wenn man die ganzen stoffströme die hier in der linken grafik dargestellt sind für unterschiedliche länder als funktion welcher stoff bedarf gibt 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 es pro kopf als funktion der wirtschaftlichen entwicklung also des bruttosozialprodukts da sieht man zwar mit großen streuungen der stoffbedarf steigt an mit dem mit den wirtschaftlichen aktivitäten mit prosperität was die zukünftige entwicklung hier aufzeigt mit den vorhin genannten faktoren die reichen länder das zeigt diese sogenannte kurznet kurve wir müssen von reich mit hoher verschmutzung auf gute prosperität und geringes verschmutzung kommen das trifft wenn sie so wollen auf zwei milliarden menschen ungefähr zu die große mehrheit der menschlichen bevölkerung die nicht zu diesen reichen bevölkerung schichten zählt von denen müssen wir eigentlich erwarten und sie dabei unterstützen gar nicht über diesen berg der verschmutzung drüber sich zu entwickeln sondern eigentlich hier durchzutun das ist die große herausforderung und die findet sich im sustainable development goal 17 wieder internationale kooperationen ich komme noch mal auf das energiesystem zurück der aktuelle stand neuer erneuerbarer ist aktuell die die letzten daten die vollständig vorliegen sind noch für das jahr 2017 wir werden in kürze die daten für 2018 haben also das ist gesamt energie bedarf endenergie bedarf sind 10,6 prozent neue erneuerbare also da zählt dazu photovoltaik wind neue biomasse technologien solarthermie zusätzlich gibt es noch acht alte renewables also das ist biomasse alt also je nachdem wie sie es lesen wollen sind es 10 oder 18 prozent wo wir jetzt stehen und das zeigt auf wie groß die herausforderung ist auf 80 90 oder 100 prozent erneuerbare zu kommen und im grunde wussten wir das natürlich seit zwei drei jahrzehnten die leute die sich damit beschäftigt haben es gab dann 2015 endlich die das paris agreement als weltweites agreement die energiesysteme so zu entwickeln dass wir möglichst im co2 ausstoß so bleiben dass die temperaturerhöhung unter zwei nach möglichkeit und eins in richtung 1,5 grad celsius bleibt da ist zunächst länger nicht wirklich schub hineingekommen bis dann sie kennen diese geschichte greta thunberg hier in stockholm protestiert hat mit ihrem schulstreik plakat das dann weltweit sich ausgebreitet hat sie war dann beim papst sie war bei der englischen regierung sie war beim world economic forum in davos das hat derartig momentum aufgenommen dass sich kurz danach dann scientists for future gebildet haben also die organisation die auch diese lecture series veranstaltet innerhalb kürzester zeit haben im deutschsprachigen raum das heißt also deutschland österreich schweiz 26.000 wissenschaftler die friday's for future initiative unterzeichnet im sinne einer unterstützung sie haben sich dann teachers for future gegründet die auch in österreich sehr sehr stark positioniert sind sie kennen alle diese schulstreiks am freitag von den straßen das ist ja eine impression wie schaut es in der schule aus sie sehen hier das gymnasium meiner frau wo die friday's for future kids die sehen sie hier vorne den restlichen schülerinnen und schülern ihre anliegen darbringen und die direktorin und der lehrkörper haben dann beschlossen sie werden zu einer school for future noch spannender wird's was passiert da inhaltlich das wird ja viel zu oft eigentlich übersehen oder in der breiten öffentlichkeit gar nicht so bekannt wo vielfach nur wahrgenommen wird ja die streiken halt ich bin über meine frau eingeladen worden als mäuschen zum zuhören beim bundesplenum friday's for future in graz das war 2019 im september konnte dabei wohnen habe erlebt wie wird da diskutiert wie respektvoll der umgang ist und wie sachlich tief hier unterschiedliche aspekte aufgegriffen werden und wenn sie ja auf das datum schauen das war 6 bis 8 september ein dreitägiges event von friday's for future zwei wochen später gab es dann die forderungen an die politik das war alles noch vor der wahl wenn sie sich an den september zurückerinnern mit sechs punkten die sie an die politik gestellt haben der erste punkt war anerkennung klimakrise und ökologischer notstand der ist zwei tage später im nationalrat bereits beschlossen worden der zweite wichtige punkt den ich hier als highlight habe da ist auch biodiversität drinnen der zweite wichtige punkt netto null bis 20 30 naja im regierungsprogramm haben wir jetzt 20 40 im aktuellen und ökosoziale steuerreform ab 2020 die sonst laut regierungsprogramm zugesagt worden irgendwann im nächsten jahr so diese einschätzung auch erhalten bleibt das soll nur aufzeigen wie wichtig solche initiativen sind wie freitas for future auch in der umsetzung und es geht nicht nur um den straßen protest und schon gar nicht um schulschränzen oder ähnliches also ausdrücke die man ja auch immer wieder in dem zusammenhang gehört zweite wichtige hocheinflussreiche zivilisatorische gruppe die das thema aufgegriffen hat die kommt mehr von der biodiversität seite aber auch natürlich klima als wichtigen bestandteil ist extinction rebellion ich nenne es mal das ist das akademisch geprägte pendant zu den schülerinnen und schülern von freitas for future die haben im wesentlichen im akademischen umfeld über akademische studien analysiert wie finden große zivilisatorische veränderungen statt also beispielsweise wie kommt es zum wahlrecht der frauen wie wird apartheid abgeschafft gandhi's march für unabhängigkeit civil rights movement in den vereinigten staaten martin luther king und die analysen zeigen als erstes wichtiges ergebnis man braucht nie mehrheiten für diese veränderungen sondern man braucht entschlossene minderheiten diese entschlossenen minderheiten für diese art von veränderungen müssen aber auch bereit sein gesetzesübertretungen zu machen sonst wären sie nicht wahrgenommen das zeigt die wissenschaftliche analyse das dritte element ist dann aber sie müssen friedlich ablaufen weil ich sage mal aus drei prozent aktivisten muss man auf zwanzig prozent sympathisanten kommen und sympathisanten gewinnt man nur mit friedlichen aktivitäten also gesetzesübertretung aber friedlich bleiben und das ist wenn sie so wollen das ist was extinction rebellion betreibt übt an englischen universitäts campus entsprechend mit lehrgängen vortrainiert hat bis sie das dann ausgerollt haben vor einem jahr so aus dann haben sie dann london einige tage lahmgelegt wie man das hier sieht bei extinction rebellion ist die haben drei klare forderungen gestellt also das ist eigentlich stringent durchdacht was die wollen und ganz spannende prozesse also die erste forderung tell the truth also sagt uns die wahrheit wie kritisch die welt wie kritisch es um die welt eigentlich zur zeit besteht und das heißt möglicherweise und wir merken es ja ist die situation doch noch um einiges kritischer als teilweise über verschiedene medien transportiert wird auch diese gruppe hat es in england geschafft climate emergency also climate notstand erstmals im parlament entsprechend einstimmig zu verankern und seither gibt es auch in england climate emergency beziehungsweise war das meines wissensstandes nach der erste das erste land also noch vor österreich und die zwei weiteren faktoren die sind man muss sofort handeln nichts auf die lange bank mehr schieben und eine politik die in richtung noch mehr demokratie geht das hat auch bisschen mit dem vertrauensschwund der politischen vertreter und parteien zu tun das eigentlich in die richtung geht neue formen von bürgerbeteiligungen auch in der politik zu implementieren auch das ist ein element an dem experimentiert wird jetzt komme ich zum aktuellen was machen universitäten sie sehen hier das unico manifest vom jänner 2020 und als jemand der mit einer vielzahl von akteuren an dem thema arbeitet über unterschiedliche universitäten hinweg hat es selbst uns überrascht muss ich sagen wie anfang des jahres ein neues manifest der universitätskonferenz also das ist der zusammenschluss der rektorate der rektoren rektorinnen alle österreichischen universitäten hat ein manifest zur nachhaltigkeit verabschiedet und das enthält sechs punkte auf die gegen auf die aus zeitgründen jetzt wieder nicht ein aber der erste satz in anbetracht der globalen klimakrise der gefährdung lebenswichtiger ressourcen und eines bevorstehenden disruptiven zerfalls der auf fossilen energieträgern aufbauenden wirtschaftssysteme sehen sich die universitäten gefordert einen wesentlichen beitrag zu einer nachhaltigen entwicklung zu leisten also diese aussage der anerkennung es ist kritisch transformation ist wichtig nicht nur das fossile energiesystem sondern das gesamte wirtschaftssystem ist betroffen also deutlicher kann man es fast nicht formulieren und insofern ist es auch etwas was wir in unseren projekt aktivitäten entsprechend begrüßt haben was ist jetzt bemerkenswert noch an der universitätslandschaft in österreich bottom up haben sich die universitäten sind ja gefordert entwicklungspläne und leistungsvereinbarungen mit dem ministerium entsprechend zu verabschieden das sind also strategische pläne und echte verträge was ist in einem gewissen leistungszeitraum zu erbringen üblicherweise geht das über mehrere jahre und im rahmen der jetzt aktuellen leistungsvereinbarung die 2019 begonnen hat haben sich insgesamt mittlerweile 16 universitäten österreichs also das ist die große mehrheit schon von den 22 zusammengeschlossen die nachhaltigen entwicklungsziele die global agenda 20 20 20 30 entsprechend für österreich aufzuarbeiten und diese 16 universitäten bringen ihre kompetenzen in die unterschiedlichsten nachhaltigkeitsziele die 17 die wir hier haben davon werden 16 bearbeitet allein marine environment da wir keinen meeressitzung haben das ist das einzige was unbearbeitet geblieben ist bis dato aber alle anderen 16 werden bearbeitet einzelne universitäten haben die leitung das nennt man an patenschaften andere sind gelb hier mit diesen mitwirkungen und kürzlich haben wir den ersten perspektiven bericht das ist ein zwischenbericht verabschiedet und in die richtung in die es gehen soll erstens durch die vernetzung der kompetenzen der universitäten die interdisziplinarität und die kooperation zu fördern mittelfristig also bis ende des leistungsvereinbarungszeitraums in den nächsten jahres wollen wir einen optionen bericht der vorschläge quasi macht für die regierung wie die nachhaltigkeitsziele in österreich entsprechend umgesetzt werden können und langfristig das was auch im manifest der rektorinnen und rektoren verankert ist die prinzipien nachhaltigkeit in forschung und lehre entsprechend besser und noch stärker umsetzen wir an der universität linz alle linzer kennen das haben drei schwerpunkte in diesem strategischen entwicklungsplan der sein fünf jahres plan ist der aktuelle geht von 20 19 bis 2024 sind drei schwerpunkte in enger abstimmung und wechselwirkung mit dem rektorat entwickelt worden und die drei schwerpunkte der johannes kepler universität sind digitale transformation transformation in ein finance und financial institutions und hier der dritte das ist heute das thema nachhaltige entwicklung responsible technologies and management also technologien management aspekte hier in den vordergrund zu stellen und ich möchte dennoch erwähnen dass alle drei schwerpunkte gesellschaft transformatorisch gedacht sind also nicht weiter wie bisher sondern in einen kontext unser rektor formuliert das immer so er will die linzer ingenieurkunst also wo es nicht nur um technik und technologien sondern auch die gesamte gesellschaftliche relevanz dieser techniken und technologien gehen entsprechend umfassend interdisziplinär und transdisziplinär bearbeitet wir sind da recht gut aufgestellt an der jkw mit unseren vier fakultäten inklusive einer medizin fakultät die ja teil der universität ist bei uns und daher sind wir auch in diesem uninets projekt sehr breit beteiligt wir haben vier patenschaften dem technologie aspekt entsprechend energie industrie innovation infrastruktur infrastruktur und dieses thema verantwortungsvoller konsum und produktion also circular economy wenn man so will und letztlich auch das thema internationale kooperationen teilweise in wechselwirkung mit anderen universitäten mit denen wir diese schwerpunkte leiten und wir wirken an weiteren sechs stg ist mit also das ist eine sehr sehr breite beteiligung auf der auf die wir insgesamt sehr sehr stolz sind an unserer universität ja für den kunststoffbereich heißt es das was wir jetzt machen das was ich ihnen vorher anhand von bildern versucht habe entsprechend zu illustrieren wie bilden wir das was die kunststoffwirtschaft leisten kann noch besser auf die nachhaltigkeitsziele ab dass wir in der substitution besser sehen im vergleich zu anderen werkstoffen zumindest über große bereiche gerechnet habe ich in den vorigen daten gesagt gezeigt aber das reicht schlichtweg nicht das heißt die herausforderungen sind noch viel größer und das sind die fragen mit denen wir uns aktuell auch intensiv beschäftigen das ist zunächst einmal wie machen wir erneuerbare technologien energietechnologien breiten tauglich und kostengünstig und da haben wir einen ansatz gewählt wo wir mit 20 unternehmen zehn weiteren wissenschaftlichen partnern geleitet von unserem institut eine initiative solpol gestartet haben wobei solpol solar technologies wie polymers also mit kunststoffen heißt wir haben hier entsprechende fördermittel eingeworben auf details dieser forschung will ich heute wieder nicht eingehen aber auf einige ergebnisse sehr wohl es gibt voll kunststoff kollektoren systeme also für warmwasser die bereits zugelassen sind unser ziel hier ist ein kollektor system für die regionen der welt wo wirklich armut herrscht gesamte system für warmwasser unter 100 dollar so dass es innerhalb eines jahres quasi finanziert werden kann für die bevölkerung dort sind der meinung dass die photovoltaik noch viel billiger werden muss das ist hat mit der peripherie eigentlich zu tun der einkapselung der zellen der herstellung der module das ist alles klassische kunststofftechnik da ist noch viel innovationspotenzial drinnen und über diese forschungsprojekte das für akademiker schönste ergebnis jede menge wunderschöne akademische arbeiten ich formuliere es mal so in den 90er jahren um studierende nachgefragt habt ihr ein master arbeits oder bachelor arbeitsthema kunststoff im auto heute fragen sie habt ihr was kunststoff für die solartechnik oder habt ihr was kunststoff und recycling um diese kreislauffähigkeit auf eine ganz neue ebene zu heben und wir hier an der johannes kepler universität im sogenannten l it das linz institute of technology eine l it factory einwerben können über fördermittel dass sich mit der fragestellung werkstoff prozestechnik digitalisierung beschäftigt und auch kreislauffähigkeit also hier laufen sehr große projekte jetzt bereits seit einiger zeit und weitere kommen hinzu wo wir mit o mv borealis greiner erema nur einige namen jetzt zu nehmen diese fragestellung des werkstofflichen recycelings bearbeiten gleichzeitig haben wir versucht über internationale ausbildungsprogramme gefördert von der volkswagen stiftung mit afrikanischen universitäten entsprechend in kooperation zu treten ein mitarbeiter bei unserem institut hat diese gruppe an sole zusammen mit anderen gegründet und leitet die das ist african network for solar energy das sind so 200 universitäten beteiligt da gibt es dann entsprechende summer schools die wir dann gemeinsam mit denen abwickeln und interessanterweise das ist durchaus eine erwähnung wert wenn wir dann so poster oder wissenschaftliche arbeitswettbewerbe machen also bei den beiden bei denen ich dabei war meistens ist es mit den namen neutral wir können es gar nicht so richtig erkennen wer hinter den einzelnen arbeiten steht bei den beiden malen wo ich dann dabei war kam heraus ist eigentlich immer die jungen frauen diese preise eingeheimst so dass wir dann gesagt haben dort müssen wir umgekehrte gender aspekte berücksichtigen aber gleichzeitig zeigt das natürlich hoch die leistungsfähigkeit als zufällig kam dann ein projekt wir waren wegen solar und wasser projekten in afrika und irgendwann kommt eine anfrage rein könnt ihr uns nicht beim recyceln von kunststoffen helfen ein hoch attraktives neues start-up modell die dies interessiert schauen sie bei uns auf der homepage oder gehen sie auf mister green afrika das ist ein business modell das westpicker integriert in einer form so dass wir das fair trade social ecoplastics genannt haben diese kooperation hat dazu geführt dass westpicker also leute die eigentlich sonst arbeitslos waren in einen regulären arbeitsprozess mit entsprechend der weiterentwicklungsmöglichkeit mit sozialversicherung und dergleichen kommen und die spannendsten elemente sind gleichzeitig haben die maschinen von oberösterreich gekauft also die haben jetzt eine herrheber maschine dort um die wertschöpfung weiter zu vergrößern und neuerdings ist als ganz großer handels als ganz großes handelsunternehmen auch unilever partner dieser initiative geworden für uns ist das eine fall studie die vielleicht für diese regionen die kein adäquates abfall management system haben entsprechend pilot charakter haben kann und gleichzeitig skalierbar heißt wachstumsfähig ist weil wir ja wissen dass 80 90 prozent dessen an kunststoff abfall was wir dann letztlich in gewässern und meeren wiederfinden aus regionen in asien afrika teilweise südamerika kommt also aus den regionen wo die abfall management systeme eben nicht entsprechend entwickelt sind ja trotzdem gibt es natürlich noch viel zu tun die ellen mcasa foundation mckinsey also sehr prominente beratungsinstitutionen für die wirtschaft haben dann das thema plastik auch aufgegriffen sind dann bekannt geworden durch ihre aussage wenn wir so weitermachen werden wir 2050 mehr plastik in den meeren haben als abfall als wir fische haben ergo lassen uns an entsprechenden konzepten arbeiten um dieser problematik her zu werden die europäische union und da spricht jetzt einiges dafür was klima was kreislaufwirtschaft an betrifft ist die europäische union mit sicherheit im internationalen vergleich vorreiter hier sehen wir auch besondere chancen die europäische union schafft rahmenbedingungen gesetzliche art policies man kann über die diskutieren unser ansatzpunkt ist der wir müssen schon heute über das rein mechanische recyceln heißt wir sammeln den kunststoff ein reinigen bereiten ihn auf schmelzen ihn wieder ein und machen neue bauteile daraus wir müssen das wo die limits heute liegen liegen die vielleicht bei bis zu 50 prozent wo das sinnvoll machbar ist des gesamten abfalls da wo wir eigentlich hin müssen 100 prozent reziklierbarkeit und da gibt es dann andere möglichkeiten des chemischen recyclings und des energetischen nutzens mit co2 utilization also das bringt mich auf diese folie heißt verbrennen energie inhalt nutzen co2 einsammeln und gleich wieder entsprechend mit wasserstoff zu kohlenwasserstoff zu chemikalien verarbeiten also wirklich closed loop zu arbeiten zumindest in dieser form der prozestechnik im grunde gibt es das alles in in der literatur ich habe vor einiger zeit einen aufsatz geschrieben es gibt auch ökonomische elemente dazu wie schafft man das das ist ein wifo bericht mit den kollegen schleicher und steininger wir haben uns dann auch entsprechend zusammengetan und das bringt mich jetzt zu meinem letzten thema das wird jetzt bisschen schneller gehen wie bringen wir das alles was wissenschaft leisten kann in die politik und hier ist wiederum ausschlaggebender punkt gewesen die forderung von fridays for future lasst uns diese auseinandersetzung der umsetzung der klimaziele der zirkularitätsziele nicht alleine führen sondern aufruf an die älteren generationen unterstützt uns dabei und wir haben dann dieses forum future gegründet und unser leitbild war dann immer dieses segelbot mit dem greta thunberg von europa nach usa gesegelt ist das wirklich bemerkenswert ist unabhängig natürlich von der segelsportleistung die sich dahinter verbirgt bei diesen großen distanzen sondern auch die botschaften die vermittelt wurden erstens was man hier sieht das ist der nachhaltigkeitskreis mit den unterschiedlichen farben es geht nicht nur um klima es geht um 17 nachhaltigkeitsziele die global agenda der united nations ausmachen das hat sich auch wieder gespiegelt in new york wo die united nations quasi eine welcome regatta mit 17 boten hatten jedes für eines dieser nachhaltigkeitsziele zweitens die botschaft a race we must win also wir können uns nicht länger zeit lassen jetzt muss es schnell gehen jedes jahr jeder monat ist wenn man so möchte ein verlorenes jahr die dritte botschaft united behind the science also lass uns sein ist for future oder die wissenschaft als partner und gute basis für die künftigen entwicklungen wählen und unser bundespräsident hat sich auch zu dieser aussage damals hinreißen lassen ohne freie des for future würde er nicht so fröhlich vor dem publikum stehen wenn ich mich richtig erinnert ja da steht es war beim forum alpach im letzten jahr und dann gibt es noch eine versteckte botschaft das was das ist botzkörper mast segel photovoltaik bis zu den toiletten it's all plastics jetzt alles aus kohlenwasserstoff aus karbon oder der großteil zumindest also das zeigt auch auf es gibt sinnvollere und weniger sinnvolle anwendungen von kohlenstoff rezyklierung und wir haben mit diesem forum future dann zwei forderungen an die politik herangetragen und das zum damaligen zeitpunkt aus der überzeugung dass die grünen wieder zumindest in das parlament kommen sollten an die grünen herangetragen und die zwei wesentlichen forderungen sehen sie hier mehr sachkompetenz in die politische gestaltung also unseren wissenschaftlichen input und schluss mit schein und showpolitik das haben die medien sogar ganz gut aufgegriffen die vier pressekonferenzen die wir hatten nur an zwei davon in wien eine in linz einen graz in linz haben wir das thema industrie in den forderung grund gestellt in graz die thematik land und forstwirtschaft die zeitungen wie beispielsweise hier der falter die haben sich sogar dann des plastiksackerl themas angenommen dass er kurz vorher verboten wurde wo ich dann zitiert werde fürs klima bringt das gar nichts ist ein nebenschau gleich also schluss mit schein und showpolitik die großen probleme für österreich gibt es diesen circularity gap report aktuell sehen wir bei weniger als zehn prozent unserer stoffströme zirkulär und kunststoff ist da nur ein bruchteil davon vieles andere nehmen wir nicht so wahr aber das zeigt auf wie weit der weg in richtung circle economy ist wir haben dann versucht als konzept das hier unter visionary konzept steht aber schon entsprechend weiterentwickelt ist von kunststoff überlegungen über sektoren kopplung zu stahl zu zement und zu einem erneuerbaren energiesystem einen vorschlag in die regierungsverhandlung einzubringen der im grunde davon ausgeht lass uns cluster projekte definieren die großindustrie in österreich zur speerspitze machen in einer sektor gekoppelten weise lass uns dafür anreizinstrumente wie einen innovationsfonds dergleichen schaffen cluster projekte definieren die über den european green deal riesen hebelwirkung erzeugen und zu unserer freude ist uns dann gelungen seite 117 in der regierungsvereinbarung das ist im wesentlichen der vorschlag den wir versucht haben auszuarbeiten im grunde steckt dahinter wir lösen diese probleme alle auf einmal sektoren kopplung heißt mit wasserstoff sauerstoff kohlenstoff wasser luft biomasse das was in dem hintergrund sehen entsprechend neu zirkulär umzugehen wir sind der meinung die technologien und die basisinnovationen existieren die große frage ist wie bringen wir sie in die industrielle praxis und wie skalieren wir sie und das muss der anspruch für die nächste zeit sein also damit komme ich zum schluss versucht über die vier themen entsprechend die notwendigkeiten dieser transformation abzudecken abzudecken aufzuzeigen dass wir ein rahmenwerk haben ein globales rahmenwerk dass diese systemtransformation über die nachhaltigen entwicklungsziele einfordert und last but not least wollte ich als botschaft vermitteln österreich ist hier eigentlich sehr sehr gut aufgestellt als wenn sie so möchten pilot labor sogar für europa und damit weltweit zu agieren weil hier sicherlich die besten aktivitäten in den nächsten jahren von europa zu erwarten sind und mit dieser ausstrahlkraft hoffen wir dass wir dieser ganzen entwicklung zumindest teilweise zur beschleunigung helfen können damit komme ich noch mal zur folie gerade jetzt ist es wichtig diese transformation voranzutreiben und endlich für die kovid krise gilt für unsere anderen krisen das gleiche koste es was es wolle sagen wir gleich dazu natürlich haben sich ökonomen schon damit beschäftigt es gibt ganz aktuelle wifo berichte oxford berichte wo ganz prominente ökonomen auch nobelpreisträger entsprechende rezepte wie fahren wir die wirtschaft nach kovid wieder hoch und die gehen alle in die richtung von restrukturierungsmaßnahmen und lenkungsmaßnahmen in diese neuen technologien also wenn wir diese chancen und möglichkeiten wahrnehmen können wir optimistisch in die zukunft blicken und mit dem letzten bild höre ich auf wie es jetzt das wie kann die welt in 2050 aussehen die digitale revolution welt was kann die bewirken für städte für ernährung für das energiesystem für das gesamte produktionssystem da gibt es einen ganz fantastischen bericht von der world in 2050 initiativ ein sehr sehr prominenter vertreter sitzt jetzt mit mir den ich schon lange kenne auch im ccch vorstand wenn du nackig hier zuhörst offizielle einladung für eine der nächsten lectures und vielleicht kannst du dieses thema dann thematisieren es ist bisschen länger geworden ich entschuldige mich dafür aber vorlesungseinheiten sind in der regel auch immer eineinhalb stunden also ich habe es zu einer vollen doppel vorlesungsstunde gemacht bedanke mich für die aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne noch für fragen zur verfügung herzlichen dank ok damit bin ich wieder da moment ich muss noch das umschalten dass wir uns jetzt hier beide sehen das wäre super und damit werden auch die öffnung für die fragerunde es gab schon immer jetzt auf dem live chat verschiedene fragen die ich einfach mal weiterleiten wollte vielen dank nochmal für den interessanten vortrag da können wir auf jeden fall noch viel nutzen und ich denke wir werden in den nächsten wochen auch immer wieder themen aufgreifen die wir jetzt hier vielleicht auf unserer seite oder auf facebook immer wieder ein bisschen erläutern dass man einfach ein bisschen hintergrund bekommt wie funktioniert das alles was weiß verschiedene themen die angesprochen wurden und vielleicht nicht ganz aus zu ende gedacht oder gibt präsentiert wurden weil es einfach die zeit dazu nicht gereicht hat das heißt hier hätten wir jetzt zum beispiel die frage von harald rechtberger sind die sdg's also die sustainable development goals eigentlich ein work in progress beziehungsweise beziehen sie die die demografische veränderung in den jeweiligen ländern mit ein die demografische veränderung in den jeweiligen ländern bezüglich der sdg's naja die sdg's ich würde sagen demografische veränderungen sind integraler bestandteil möglicherweise nicht explizit aber es geht natürlich darum diese ganzen equity fragen reiche länder arme länder aber auch altersbedingt und gender bedingt also wenn man die sdg's als gesamtes liest würde ich sagen ja allerdings wird vielfach argumentiert dass es dann zu zielkonflikten kommt und das kann auch in dem kontext natürlich teilweise der fall sein meine persönliche einschätzung und ich muss sagen ich kenne jetzt nicht alle 169 ziele sub targets in jedem detail sondern mein zugang ist über die technologie bereiche in denen ich auch aktiv bin ist der die radikaler man transformation denkt wir umfassender je vernetzter man transformation denkt desto eher lösen sich die zielkonflikte aus auf also man muss dann wirklich mutig sein und sagen okay solange zielkonflikte auftauchen brauchen wir neue lösungen denn an den zielen per se ist ja gar nicht so sehr zu rütteln also dass wir die welt für alle besser machen wollen dass wir niemand zurücklassen wollen das decken ja die gerechtigkeits fragen und dergleichen frieden also an den zielen selbst denke ich kann aus humanistischer sicht wenig kritisieren man kann vielleicht an den indikatoren also an den messladen ob das die richtigen sind aber viele ziele je nachdem welche man instrumente man wählt um ein sub target beispielsweise zu erreichen kann zielkonflikte aufwerfen mit anderen und da ist meine typische antwort noch kreativeren lösungen suchen wenn das der fall ist und gravierend ist okay vielen dank aber an sich sind die ja nicht wirken oder sind sie wirken progress das war eigentlich noch die andere frage der blog in progress sagen wir so zunächst steht die agenda bis 20 30 ich gehe davon aus dass die un bei einem 15 jahres zyklus bleiben wird also rechtzeitig vor 20 30 werden wir die neuen ziele kennenlernen global ziele die dann 20 45 wahrscheinlich heißen werden das ist in etwa der zeitraum ich glaube das hat sich so aus der entwicklung ergeben viel länger wäre zu lang in die zukunft gerichtet viel kürzer macht auch wenig sind weil man die ziele nicht anspruchsvoll genug definieren kann und entsprechende strategien implementieren also das braucht zeit aber mit sicherheit werden sie verlängert und natürlich obliegt den einzelnen staaten und ländern also wir brechen sie ja auch auf österreich herunter im uninetz und bewerten sie schon auch wieder auf sinnhaftigkeit in dem kontext beitrag österreich und da tauchen da oder dort natürlich schon diskussionen auf aber bei aller kritik es ist das beste globale rahmenwerk für die zukunftsentwicklung das wir haben und ich persönlich staune immer wieder dass es überhaupt gelungen ist ok können sie vielleicht noch mal das vorstellen über 190 staaten müssen sich einigen mit allen ihren aktivieren ich meine schauen sie mal die eu und da haben wir 100 also 194 staaten die das unterzeichnet haben das ist analog bei klima abkommen das heißt natürlich muss man da und dort kompromisse eingehen und kann da und dort bemängeln das ist nicht ausreichend nichts desto trotz in seiner gesamtheit ist es nach meiner einschätzung eine zivilisatorische meisterleistung es ist jetzt noch mal mehrmals wir halten uns nicht daran so gut das stimmt ja die zielkonflikte das war jetzt vielleicht nicht ganz ganz klar geworden und vielleicht nicht jedem klar der zugehört hat können sie das noch mal kurz erläutern was das heißt ja der zielkonflikt kann sein zum beispiel ausstieg aus fossilen energieträgern und wirtschaftswachstum also es wäre praktisch wirtschaft also man kann ja dinge runterfahren aber wenn man dann nicht alternative möglichkeiten schafft und da muss man dann schon bewerten nur dann kommen die innovativen lösungen die innovativen lösungen lösen beide dinge gleichzeitig genau ich habe jetzt nicht im kopf vielleicht weiß nicht ob sie das jetzt im kopf haben konflikt zwischen stg 7 und stg 15 stg 7 ist energie stg 15 ist leises leben an land genau also sehen sie da gewisse konflikte bezüglich natürlich da sehe ich den zielkonflikt sollten sie auf die idee kommen billige erneuerbare energie mit biomasse machen zu wollen dafür halten sie alle bäume um das ist ein klassischer also da kommen sie direkt in den konflikt mit klimazielen versus biodiversitäts zielen und das was ich vorher ja aufgezeigt habe eigentlich ist biodiversitätsverlust mindestens so kritisch einzuschätzen wie das klimathema zumindest ist das was uns die systemökologen entsprechend vorschlagen genau erwin reicher hatte nochmal gefragt also erwin reicher der uns vorhin auch schon bezüglich der des klima volksbegehren begrüßt hatte wegen effizienzsteigerungen wurden ja bisher fast immer oder effizienzsteigerungen wurden ja immer durch erhöhten konsum überkompensiert das heißt also wohnraumheizung motoren das ist ja praktisch immer mehr es funktioniert besser aber die leute nutzen es einfach mehr und gibt es da noch oder ihrer meinung nach irgendwelche lösungen das ist in der tat eine gute beobachtung daher darf ich daran erinnern die schlussfolgerung die ich auf einer dieser folien hatte aber ich hole die noch schnell raus da gehe ich nicht von effizienzsteigerungen aus im bereich von 10 oder 20 prozent sondern faktor 4 bis 8 effizienzsteigerung wenn sie sich erinnern das ist das was ich aus dieser folie heraus also sprich wenn wir und das zeigt ja die radikalität dieses rahmens systems wenn wir das alles entsprechend mit berücksichtigen müssen diese sogenannten rebound effekte wir wären effizienter aber gleichzeitig führt das zu mehr konsum und im grunde mit der gesamtwirtschaftlichen prosperitätsentwicklung um mit rösling wieder zu sprechen ist das volumen wachstum insgesamt größer als die effizienzsteigerungen die wir bewirken pro funktionseinheit also das volumen wachstum rebound frisst alles auf was wir entsprechend entwickeln das ist die jetzige entwicklung nachhaltige entwicklung das sind die zielfaktoren was heißt das konkret auf das auto übersetzt wenn sie den verbrennungsmotor hernehmen zehn prozent verbesserung im treibstoff verbrauch ist nicht annähernd nachhaltig jetzt war immer wieder gejubelt als technologischer fortschritt aber es muss uns relativ klar sein das ist weit weg von dem was wir hier reden das wäre sei dann nachhaltig wenn wir diese zehn prozent koppeln einerseits effizienzsteigerung und der energiebedarf der restenergiebedarf wird erneuerbar abgedeckt dann ja ansonsten ist es eines dieser elemente die über rebound effekte immer negative effekte aufs gesamtsystem bewirken ok vielen dank und was ich mich gefragt hatte inwieweit würden sie ein Pfandsystem jetzt für verschiedene plastiken zum beispiel wie würde das positiv sein oder warum gibt es das jetzt so zum beispiel nachdem ich aus deutschland komme bin ich das irgendwie gewohnt dass plastikflaschen zurückgebracht werden in österreich gibt es das bisher nicht wirklich ist das nicht irgendwas was relativ einfach realisieren könnte also aus kunststoff sicht sage ich ist sowas durchaus machbar man kann das wieder verwenden und nutzen es sind aber einige vorsichtsmaßnahmen und regelungen in richtung hygiene natürlich einzuhalten aber vor allem ist es ein logistikproblem also da ist die frage die handelsketten ob die das entsprechend möchten ich persönlich glaube es gibt intelligentere systeme die im großen wirken das ist circular carbon management ultimativ ich glaube das rück in teilbereichen mag es gut funktionieren klein small scale ja aber ähnlich wie das plastiksackerl verbot ist es nicht der große wurf es ist vielleicht der schritt in die richtige richtung aber das hängt sehr stark von logistikbedingungen ab und da muss ich einräumen da bin ich jetzt nicht der ganz richtige der das beantworten kann aber in dem fall dass jetzt sie hatten ja angesprochen dass es 50 prozent eventuell entwicklung könnte das denn aus dem öl plastik hergestellt wird in ihrem vortrag aber wenn wir jetzt nachhaltig irgendwie denken würden wollen wir ja trotzdem nicht das öl verwenden um plastik herzustellen sondern bräuchten eventuell da irgendwie andere quellen richtig ja richtig ja also eigentlich wollen wir das öl gar nicht mehr verwenden und den kohlenstoff den holen wir uns aus stoffkreisläufen die schon im umgang sind oder wir holen ihn uns aus der atmosphäre zurück wo er als co2 im übermaß vorhanden ist das sind diese chemischen prozestechniken die ich mit den paar folien wo ich relativ schnell drüber gegangen bin im prinzip zur verfügung stehen auch an der johannes kepler universität wird ja intensiv an co2 technologien gearbeitet die wieder in kohlenwasserstoffe umzuwandeln wenn wir das mit erneuerbaren energien betreiben glaube ich das wird der game changer und da verblassen dann diese diskussionen plastiksackerlverbot versus fand oder so das sind alles dinge die die sache noch aufwändiger und umständlicher machen also wir brauchen großvolumige wirksame technologien und das ist ja der neue gedanke den wir da hineinbringen wollen das heißt nicht dekarbonisierung weil kohlenstoff wesentlicher baustein des lebens der biosphäre auch von werkstoffen und zwar durchgängig ist sondern nicht dekarbonisierung sondern carbon management das ist eigentlich das schlagwort das wir betonen und das heißt carbon kreislaufführung ob direkt in der stoffform aus den abfällen oder indirekt über das co2 das bereits in der atmosphäre ist da gilt es unterschiedliche verfahren zu entwickeln und so zu optimieren bezüglich energie gab es jetzt noch eine frage moment von andreas p was halten sie von dezentraler verbraucher getriebener energiewende sprich photovoltaik biomasse engmaschiges verteilernetz hierfür müssten die klassischen energieversorger zu energie manager werden ja interessanter zugang funktioniert ja auch in einigen kommunen und dergleichen gibt es ja genügend beispiele wo das ganz gut funktioniert im grunde ist nachhaltige entwicklung auch mit einem sehr hohen maß an dezentralität insgesamt verknüpft und daher passt es da hinein es gab da mal ein ökonomisches buch in den 70er jahren was vielleicht manche kennen werden small is beautiful fritz schumacher dort kann man diese prinzipien nachlesen zu welchen vorteilen das führt besser angepasste systeme besser optimierte besser angepasste systeme aber man muss es richtig machen was ich mich noch gefragt hatte bei der ganzen diskussion nachhaltigkeit kennen sie irgendwie ansätze dass man direkt produkte so entwickelt dass man sie hinterher eigentlich wieder recyceln könnte gerade sprich in richtung elektronik oder anderen mehr komplexen system weil im grunde genommen sind ja die meisten eigentlich auf wegwerf produziert müsste man da nicht umdenken oder die regierung sag mal irgendwie gesetze erlassen dass das verpflichtet das firmenplan das ist auch wieder recyceln können zu 80 prozent zum beispiel diese geset meine diese eine folie die ich gezeigt habe wenn man gesamtstoffstromanalysen für österreich betrachtet und für österreich ist das das erste die erste analyse die es für ein land gibt also einen staat es gibt das ganze für weltweit weltweit sind wir 9,2 prozent zirkulär also nur 9,2 prozent unserer stoffströme werden wiederverwendet über weit über 90 also 90 werden linear verwendet von rohstoff zu abfall wenn man in fester gasförmiger oder flüssiger form abfall aber diffus verteilt über den planeten österreich liegt bei 9,7 also das zeigt auf wie weit wir weg sind und da fällt natürlich alles hinein ob sie jetzt bei einfachen verpackungen anfangen oder dann in elektromische oder in baustoffe gehen wo ja riesige mengen entsprechend auch verarbeitet werden gerade in bei kunststoffen hat man begonnen jetzt vorschriften zu machen die europäische verpackungsvorgung geht ja genau in diese richtung diese stoffliche wiederverwertung entsprechend festzuschreiben mit zielwerten zu gewissen zeitpunkten nur bei diesem gesamten abfall ist kunststoff nur ein bruchteil also wenn wir jetzt paar prozent mehr lösen durch kunststoff bleiben noch immer von 90 prozent bleiben noch immer 80 da ist noch viel umdenken notwendig und ich bin nicht ganz so sicher ob wir sind überall im gleichen ausmaß brauchen ich glaube das was circular economy künftig heißt da sind wir noch am arbeiten natürlich wissen wir die grundprinzipien wir haben ja einen experten bei uns an der universität der professor hansen der sich mit der vielschichtigkeit der produktklassen auch mit kunststoffen beschäftigt was zirkuläre modelle an betrifft und auch zirkuläre ökonomische betrachtungen aber man muss fairerweise sagen da ist noch ein weiter weg und momentan sieht es häufig so aus neuware ist noch immer billiger das hat damit zu tun dass wir sehr viele kosten externalisieren und daher komme ich ja zurück auf diese aussage ohne das wirtschaftssystem und das taucht auf erstmals dürfen wir wieder über das neoliberale kapitalistische wirtschaftssystem mit allen seinen externalitäten das darf man dann neuerdings wieder diskutieren wir uns da weiterentwickeln müssen ohne dass man da gleich in irgendein kommunistisches oder maoistisches oder Karl Marx gesteckt bevor wir uns nicht das anzusprechen trauen landen wir in dem was wir vermeiden wollen eigentlich in scheindiskussionen vermutlich ja also noch ich denke jetzt ist die letzte frage das ist sehr passend weil sie ja auch aus politischer sicht aktiv sind und wissen sie ob die jetzige regierung die corona krise für eine transformation nutzen möchte also es gab jetzt ich glaube zumindest in medien diese diese bericht dass das die umweltministerin die zahlung an die aua als an umweltbedingungen umgriffen möchte ich würde sagen die große frage sollten wir nicht an der aua aufhängen was die große transformation an betrifft geht es um ganz andere elemente die im regierungsprogramm drinnen stehen und die frage ist bleiben die erhalten das ist die sozioökologische steuer reform das ist dieser industrial green new deal und ich kann es vielleicht so beantworten wir versuchen das was ich hier als botschaft habe wir müssen es tun auch weiter an die regierungspartner heranzutragen und zwar auch mit unterstützung der industrie also daher ist meine hoffnung dass wenn ein starker industrieller sektor sich dazu bekennt dass wir auch sagen wir die regierungskoalition davon überzeugen können also nicht dem vorschlag aus vorarlberg zu folgen sondern zu sagen wir greifen das auf was in den wie vor berichten in den oxford berichten und dergleichen steckt weil auch da gibt es wie in wien möglichkeiten nur wie immer man muss es richtig machen ich denke dass man aus der coronakrise gelernt hat wo sich die regierung ja so in vielen bereichen auf experten verlassen hat mit all ihren widersprüchen die wir auch du und ich wissen warum das der fall ist das ist inhärent im wissenschaftlichen diskurs trotzdem gibt es hauptlinien wo große übereinstimmung besteht und dass es da durchaus eine wissenschaftliche einbindung bei den anderen krisen jetzt auch gibt und nicht irgendwo hinter verschlossenen türen diese entscheidungen fallen das wäre das was wünschenswert wäre und wir werden uns bemühen das anzubieten und wenn wir sehen ob es funktioniert okay ich denke das ist ein sehr passendes wort zum ende des vortrags vielen dank nochmal für die diskussion und für die vielen fragen vom publikum und für den sehr sehr angenehm vortrag wir werden sehen dass wir von scientists for future möglichst paar wie gesagt paar themen aufgreifen und ein bisschen näher beleuchten vielleicht dass es allgemein auch noch mal schön verständlich dargestellt wird und kommen dann gerne beim nächsten mal also sprich also wir versuchen immer diese vorlesung am zweiten montag im monat zu machen das heißt auch im juni wird es wieder einen vortrag geben wahrscheinlich auch wieder online und ich freue mich wenn sie da einschalten wie gesagt wir brauchen auch die expertise von allen das heißt auf unseren kanälen einfach kommentieren schreiben und kontaktieren und wir melden uns dass wir wirklich versuchen möglichst viel zusammenzuarbeiten und wir haben ich denke auch noch viel experten die jetzt hier vorträge halten können und ich freue mich auf alle weiteren und viel erfolg bei unseren zielen dankeschön und schönen abend ja schönen abend auch zu meiner seite tschüss auf alle weiteren auf alle weiteren die vierte und ich glasen und eben die beherber in die Vielen Dank.